Was geht ab Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und damit zu einem neuen Uncut-Talk. Ja Leute, es ist wieder Samstag und ihr wisst ganz genau, was das heißt. Wir sprechen mal hier jetzt nicht über den Kryptomarkt, nicht über irgendwelche News, nicht über irgendwelche Altcoins, über Bitcoin. Nein, wir sprechen über das Wichtigste überhaupt, wenn es um das Investieren geht und zwar das Mindset. Etwas, was sehr, sehr viele da draußen gar nicht so richtig beachten. Und ich sage es bewusst jetzt mal am Anfang dieses Videos. Diese Videos sind die mit Abstand schlecht geklicktesten Videos überhaupt. Ja, wenn man sich so die Videos auf meinem Kanal anschaut, sieht man, diese Videos haben ungefähr ein Drittel bis ein Viertel der Klicks wie alle anderen Videos, wo ich davon spreche, dass es irgendeinen Crash gibt, dass es einen Pump gibt und so weiter. Weil die meisten Leute gar nicht hier oben investieren wollen. Sie wollen nicht in sich selbst investieren. Sie wollen immer nur das Ergebnis. Sie wollen, dass jemand anderes ihnen sagt, wohin es geht und was man tun soll, aber sind nicht dazu bereit, selber etwas dafür zu machen. Und an der Stelle bedanke ich mich natürlich für jeden einzelnen Support, für die gesamten Kommentare unter diese Videos. Denn ehrlich gesagt sind diese Videos von den Klicks her zwar die schlechtesten, aber vom Mehrwert her sind es mit Abstand die besten. Und das sehe ich vor allem auch immer wieder in den Kommentaren, die unter diese Videos geschrieben werden, was diese Videos bei dem einen oder anderen ausgelöst haben und wie diese Videos vielen da draußen bereits geholfen haben. Und da bedanke ich mich natürlich für jeden einzelnen Support und keine Sorge, ich werde auch nicht mit diesen Videos aufhören, weil ich der Meinung bin, dass das etwas ist, was es so im Krypto-YouTube gar nicht gibt. Und ich da natürlich diesen entscheidenden Unterschied machen möchte und da jedem Einzelnen auch dabei helfen will, hier oben nach vorne zu kommen. Und aus den Learnings und aus den Fehlern, die ich in den letzten 8,5 Jahren Unternehmertum und Investor-Dasein gemacht habe, auch lernen kann. Worüber ich heute sprechen möchte, ist so ein, ja, ich würde es mal sagen, so ein kleiner Real-Talk-Punkt. Wir sprechen zwar nicht direkt über den Markt als solches und was so abgeht, aber ich möchte jetzt mal eine Sache klarstellen, die vielleicht da draußen gar nicht so vielen richtig bewusst ist. Irgendwo im Hinterkopf ist es vielen bewusst, aber sie machen sich das gar nicht so oft klar, dass es wirklich so passieren wird. Und so, worüber rede ich? 95% bis 99% aller Menschen, die jetzt aktuell im Kryptomarkt aktiv sind, werden verlieren. Das klingt jetzt hart, wirklich. Ja, es klingt hart, aber es ist leider so. Und man muss für sich selbst die Entscheidung treffen, wohin man gehören möchte. Möchte man am Ende zu den Gewinnern gehören oder möchte man zu den Verlierern gehören? Und es sind eigentlich gar nicht so viele Dinge, die entscheidend sind, um am Ende als Gewinner hier rauszugehen und als Gewinner hier diesen Markt zu verlassen. Weil viele Leute haben es bereits vorgemacht, viele Leute haben es geschafft, aber es gibt genauso gut sehr, sehr viele Leute da draußen, die es nicht geschafft haben. Und auf jeden Gewinner im Kryptomarkt folgen sicherlich 5 bis 6 Verlierer. Und ich weiß, es mag hart klingen und viele wollen sich das gar nicht eingestehen, aber es ist wichtig, dass das mal gesagt wird, dass die meisten als Verlierer rausgehen werden. Auch sehr viele, die meine Videos gucken werden, werden am Ende als Verlierer rausgehen. Das ist nicht, weil ich es möchte, sondern weil diese Personen sich selbst dazu entschieden haben. Und auch ich habe bereits mehrere Male in meinem Leben verloren. Ich habe auch schon im Kryptomarkt sehr, sehr viel verloren. Ich habe im Bullrun sehr, sehr viel verloren durch meine eigenen Fehler. Aber ich habe mir diese eingestanden und habe daraus gelernt. Und da kommen wir zum allerersten Punkt, den die meisten Leute gar nicht richtig mitbringen. Sie machen für ihre eigenen Fehler andere Menschen verantwortlich. Es gibt da draußen immer wieder diese Redensart, wenn man es geschafft hat, ich bin self-made. Ich bin self-made Millionär. Ja, ich bin self-made. Wenn du es geschafft hast, sprichst du natürlich davon, dass du self-made bist. Aber wenn du es nicht schaffst oder wenn du Geld verlierst in diesem Markt, dann ist jeder andere schuld, aber nicht du selbst. Aber am Ende des Tages bist du nur selbst dafür verantwortlich. Du bist selbst daran schuld, dass du Verluste gemacht hast. Du bist selbst daran schuld, dass du eine Entscheidung getroffen hast, die am Ende nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat. Niemand anderes. Keiner deiner Familie, keiner deiner Freunde, keiner hier auf YouTube, kein irgendwie Mentor, kein Mindset-Coach, keine Krypto-Signalgruppe. Nichts ist dafür verantwortlich. Du selbst bist dafür verantwortlich. Und das ist erstmal der Anfang, der verstanden werden muss. Dass man selbst für seinen Erfolg verantwortlich ist, aber auf der anderen Seite genauso für seinen persönlichen Misserfolg. Und da kommen wir wieder zu der Sache, über die ich am Anfang dieses Videos gesprochen habe. Dass viele Menschen gerne Videos schauen, wo direkt gesagt wird, das musst du tun, dann machst du Profit. Das musst du nicht tun, dann vermeidest du Verluste. Aber wenn dann jemand da ist, wie jetzt hier auch in diesen Videos, der ganz genau zeigt, so funktioniert das Ganze, darauf musst du achten, so musst du denken, da interessiert es keinen. Weil ja am Ende nur entscheidend ist, dass man das schnelle Ergebnis hat. Und wenn dann mal nicht so ein Tipp aufgeht, wie versprochen, dann wird jeder dafür verantwortlich gemacht. Hey, du hast doch mal in irgendeinem Video gesagt, dass das Projekt so gut ist. Nur weil irgendjemand das in einem Video sagt, egal ob ich es jetzt bin oder jemand anderes, ich sehe das Ganze, diese Kommentare ja auch bei vielen anderen. Ja, oder auch allgemein. Weil Menschen dazu geneigt sind, andere Menschen für ihre eigenen Verluste, für ihre eigenen Fehler verantwortlich zu machen. Und die Eigenverantwortung zu übernehmen, das ist der erste Schritt in Richtung eines freien Lebens, in Richtung eines erfolgreichen Lebens. Und ohne das wirst du niemals in diesem Markt erfolgreich sein. Und warum werden 95% der Menschen verlieren? Weil sie gierig sind. Weil sie einfach am Ende nicht Profite realisieren. Weil sie jeden Einzelnen hier da draußen sagen, wie kannst du denn schon verkaufen, das Ding macht noch 20x. Und am Ende macht es kein 20x. Und dann sagt, ja, warum hast du denn nicht gesagt, dass du verkaufst? Man zieht sich die Informationen und die Dinge, die man gerne haben möchte und malt sich daraus irgendeine Situation, nur damit man selber besser dasteht. Das ist leider in uns Menschen verankert. Die Gier, die wir selber haben, die am Ende dafür sorgt, dass wir nicht verkaufen, dass wir keine Profite nehmen. Das ist dann am Ende nicht das Problem. Nein, das Problem ist, dass irgendjemand anderes ihnen nicht gesagt hat, wann sie verkaufen sollen. Das habe ich selber schon unzählige Male erlebt, unzählige Male auch gehört. Ja, ich habe hier CoinXY gekauft, also 2021 auch schon, ja, CoinXY gekauft. Das habe ich aus so einer Signalgruppe erfahren und, ja, ich habe erst einen Tag später gesehen auf Telegram, dass da ein Signal reingepostet worden ist. Ja, aber trotzdem hätte er früher posten können. Da habe ich mich auch gefragt, er hat das doch pünktlich gepostet. Es wurde gepostet, aber ganz ehrlich, es ist nicht seine Pflicht, das so zu posten, weil du musst selber für dich entscheiden, wann du verkaufst und wann du nicht verkaufst. Und weil jeder hat seine eigene Strategie, jeder hat eine eigene Risikobereitschaft. Das sehe ich bei mir ja persönlich ebenfalls. Ich habe eine andere Risikobereitschaft als viele andere da draußen. Deswegen investiere ich in risikoreichere Assets, wobei ich mittlerweile auch ziemlich sichere Assets im Portfolio habe. Aber trotzdem habe ich sehr viele Micro Caps, Small Caps, Low Caps im Portfolio, weil ich mir dessen bewusst bin, welches Risiko ich da eingehe. Und ich bin zu einem viel, viel höheren Risikobereitschaft als sehr viele andere da draußen. Und trotzdem gehen viele mit dem gleichen Mindset, mit einer ganz anderen Risikobereitschaft an das gleiche Thema ran. Ich bin dazu bereit, einen Totalverlust hinzunehmen bei dem einen Coin oder Token, um bei einem anderen Token ein 20, 30, 40, 50 oder 100x mitzunehmen. Das ist mein Preis, den ich dafür bereit bin zu bezahlen. Andere haben aber nicht diese Denkweise. Sie sagen sich, okay, ich muss jetzt überall diese 100x machen und ich darf niemals Profite machen und ich gehe mit meinem letzten Geld irgendwie rein. Auch eine Sache, Money Management. Habe ich auch schon mal einen Uncut-Talk drüber gemacht, weil es ist unfassbar wichtig, das richtige Money Management zu machen. Habe ich auch immer mal wieder Kommentare, wie kannst du denn die ganze Zeit nachkaufen? Money Management sitzt in Dubai, bla bla bla. Da denke ich mir, was sind das denn bitte für Aussagen? Da weiß ich zu 100%, diese Personen werden es nicht schaffen. Habe ich mich auch schon oftmals zugeäußert. Money Management, immer Liquidität zur Verfügung zu haben, niemals alles zu investieren, das ist super wichtig. Ich habe diesen Fehler damals gemacht. Am Ende des Tages muss jeder sich für sich selber entscheiden. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Jeder macht das, was er oder sie für richtig hält. Ich kann nur aus meinen Fehlern, aus meinen Erfahrungen reden und jedem Einzelnen das mitgeben. Aber was man am Ende daraus macht, liegt immer noch in der eigenen Macht dieser einen Person, nicht in meiner. Und es geht nicht nur um mich, es geht auch um andere. Wenn du jetzt irgendein anderes YouTube-Video siehst von irgendeinem anderen YouTuber im deutschsprachigen Raum oder im englischsprachigen Raum und der redet von irgendeinem Coin oder einem Token und investiert da rein und du apest direkt rein. Also du gehst sofort rein, ohne deine Due Diligence zu machen, ohne deinen Research zu machen und am Ende geht das nicht auf. So, dann sagst du dir, boah, ja, jetzt ist der andere schuld, aber nicht ich. Und das ist falsch, denn du bist immer schuld. Und ich weiß auch, wie es sein wird. Und ich habe das selber 2021 erlebt. Ich habe das auch schon 2017 erlebt, wie viele in diesem Bullrun gierig geworden sind, Gelder gemacht haben. Auch ich, auch ich, ja. Und ich habe am Ende auch vieles wieder verloren, weil ich gierig gewesen bin und am Ende dumme Entscheidungen getroffen habe. Ja, stehe ich vollkommen zu. Deswegen will ich ja mit diesen Videos auch das Ganze mitgeben. Und sehr viele, weil es sind ja viele auch dabei, deren ersten Bullrun sie jetzt gerade erleben. Und am Ende kommt diese Gier. Und ich habe schon damals viele Anker Talks darüber gemacht und ich sage es jetzt nochmals. Profite nehmen. Nehmt Profite. Denn erst Profite sind wirkliche Gewinne. Wenn du dieses Geld auf deinem Konto hast, wenn du dieses Geld in Stablecoins hast, dann sind das Profite. Nicht davor. Davor sind es Buchwerte. Davor sind es einfach Zahlen, die auf dem Bildschirm steigen. Und ich weiß ganz genau, wie gierig man sein kann, wie gierig man werden kann, wenn die Zahlen immer größer werden. Wenn die Portfolios auf einmal um fünfstellige Summen am Tag wachsen. Vielleicht sechsstellige Summen sogar. Und dann auf einmal um fünf, sechsstellige Summen fallen. Die Emotionen können dabei überkochen. Und da ist es unfassbar wichtig, mal Chips vom Tisch zu nehmen. Mal wirklich etwas runterzunehmen und Profite zu realisieren. Weil am Ende gehst du oftmals viel besser aus diesem Markt raus, wenn du auf dem Weg nach oben Profite realisierst. Auch wenn man jetzt von 50x redet. Wer sagt denn, dass du ein ganzes 50x mitnehmen musst? Du kannst bei 100%, 200%, 400%, 500% oder auch von 10x Profite realisieren. Wenn du das machst, wirst du am Ende viel mehr Profite haben, viel mehr Gewinne haben, als diejenigen, die auf diese ganz, ganz großen Gewinne dauerhaft warten. Weil keiner garantiert, dass wir irgendwann mal diese 100x machen. Es sind Prognosen, Spekulationen auf solche Vervielfachungen, weil sie grundsätzlich möglich sind anhand von historischen Daten. Aber es muss nicht so passieren. Aber wenn du 400, 500, 600% auf einem Asset hast, dann hast du es, wenn du es realisierst. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das Ganze zu machen. Und das werden 95% der Menschen da draußen nicht machen. Das Schwerste überhaupt im Kryptomarkt ist es zu verkaufen. Das Schwerste. Ja, es ist eigentlich so einfach, auf diesen Verkaufen-Button zu drücken, aber es ist super schwer. Weil man immer wieder denkt, es geht nur nach oben, es geht noch nach oben, es geht noch nach oben, bitte geht es noch nach oben, komm nochmal in 2x, komm nochmal in 3x. Und irgendwann rauscht alles nach unten und dann passiert Folgendes. Man sucht sich irgendeinen, den man dafür verantwortlich machen kann. Wo man seinen Frust ablassen kann über irgendein Fake-Profil auf YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer. Und dann ist man irgendein Internet-Pirat und sagt, dein Foto sieht kacke aus. Beispielsweise. Aber wenn man seinen eigenen Frust einfach ablassen möchte oder man lässt seinen Frust privat raus. Das wird bei den meisten Leuten passieren. So hart es klingt. Und in diesem Markt kann es nicht nur Gewinner geben. Es wird Gewinner geben und es gibt Verlierer. So kann es nur funktionieren. Und man selber muss für sich entscheiden, wohin man gehören möchte. Möchte man zu den Gewinnern gehören? Möchte man zu den Verlierern gehören? Und ich möchte mit meinem Content jedem da draußen helfen, zu diesen Gewinnern zu gehören. Deswegen mache ich nicht nur Krypto-Content. Deswegen mache ich nicht nur Markt-Updates oder stelle Altcoins vor. Deswegen mache ich diese Videos. Um jedem Einzelnen hier oben dazu zu verhelfen, dass hier oben es Klick macht und man anders denkt. Weil am Ende ist das Mindset entscheidend. Wenn die Runs kommen, dann wird man Leute sehen, die unfassbar erfolgreich sind. Und wenn der Bärenmarkt kommt, werden genau diese Leute sehr, sehr erfolglos sein, weil sie sehr viel Geld verloren haben aus eigener Gier. Und deswegen ist es super wichtig, sich mit solchen Dingen zu befassen. Solche Dinge, über die ich hier spreche. Dann wirst du am Ende als Gewinner rausgehen. Also akzeptiere es, dass die meisten Leute verlieren werden. Akzeptiere es, dass nicht jeder gewinnen kann. Aber treff die Entscheidung, dass du zu den Gewinnern gehörst. Und wenn dir dieses Video einen Mehrwert gegeben hat, lass es mit einem Like wissen. Lass auch gerne ein Abo da, denn unabhängig jetzt hier von Mindset-Themen kriegst du hier auch Content zum Kryptomarkt, zu Altcoins, zu Bitcoin, zu allem Wichtigen, was hier passiert. Und mein Ziel ist es, dir dabei zu helfen, ein profitabler und professioneller Investor im Kryptomarkt und darüber hinaus auch noch in anderen Bereichen zu werden. Wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos anzuschauen, schau dir gerne eines dieser Playlists dir an. Da habe ich alle Uncut-Talks verlinkt, die du dir einmal anschauen kannst. Also das war es für dieses Video. Wir sehen uns Montag zum nächsten Markt-Update. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Peace. Ciao, ciao.